Dieser wunderschöne Ford Fiesta Titanium Coupé als Diesel könnte schon bald vor ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wiesmann. Der Euro 6 Diesel erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und anklappbaren Außenspiegel bieten beste Übersicht. Als Coupé wirkt er besonders sportlich. Abgedunkelte Scheiben hinten sehen schick aus und lassen die Sonne draussen. Leichtmetallräder mit Allwetterreifen unterstreichen luxuriösen Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Beheizungfallersitze bieten viel Komfort und eine gute Sitzposition. Fußmatten gehören bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket Wiesmann Fiesta schützt Sie rundum mit Airbags, Nebellamme vorne, heizbarer Frontscheibe und dem Keyfree-System. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter ist so für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch ein Navigationssystem und ein Bluetooth-Freisprecher. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Mit diesem schicken und äußerst gepflegten Ford Fiesta Titanium und mit seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie immer viel Spass haben. Der Wagen ist Ihnen nun aus dem Top-Zustand. Die aktuelle Inspektion haben wir durchgeführt. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie einfach Probe. Das Team von Wiesmann freut sich um Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017